Ist das ernst, Bruder? Wie geht's? Wie geht's? Servus! Yo Leute, was geht? Wir sind Post Vienna und wir sind heute wieder am Fußballplatz und wir machen heute ein spezielles Video. Sag du Sonne, Mann! Sag mir Sonne, Mann! Wie ihr alle wisst, ist FIFA 19 jetzt vor kurzem rausgekommen. Wir machen FIFA-Fails. Lasst doch mal einen Like da, kommentiert, abonniert. Wie geht es mit der meisten Fehler? Wer ist das? Puh! Bitt bitt! Hahaha. Der Manager ist absolut levin' über uns. What the fuck? Na gut Leute, wir hoffen euch hat das Video gefallen. Wir haben unser Bestes gegeben. Wallah, wir haben Ellbogen, Schulter, Fresse, alles mögliche. Warum hast du gerade von unten gefilmt? Wolltest du, dass ich so Kick gebe? Kapital Video. Nein, 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 nein. Wir haben FIFA 19 zu verlosen. Unter allen Gewinnern, like das Video, kommentiert. Hashtag, ich will FIFA 19. Und ja, dann suchen wir das random aus. Gebt dem Video nochmal ein Like. Abonniert. Ciao. Sauber. Schade! 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 Ja, Leo, komm! Nei, Leon! Ja, Leo! Ich habe zu retten jenster Tag. Ich brauche. Was? Was, was? Ah. Du hast es nur gesehen. Caesar, Martin, du spierstścią. Cool, cool. Ja. Was war das schon wieder? Von der Uhr gesund auf die Schulter. Was machst du? Was machst du jetzt? Was geht? Wir sind in Bosnien, wo sind wir? Wir sind heute wieder in Prata. Das heißt, heute gibt es wieder Tourmetschen. Aber diesmal sind die zwei dran. Höchst Touch mit derre!